Ecke kommt rein. Mann, der Ball haut ihn rein. Ja! Itakura! Ja, Mann! Yes! Boah, war das gut. Latte, jetzt haut der Itakura den Ball rein. Der war im Strafraum die ganze Zeit am rumfliegen. Und dann kommt der Japaner, haut den einfach eiskalt rein. Unser Samurai. Unser Samurai-Krieger Itakura. Puh, kurz vor der Pause. Zum richtigen Zeitpunkt. Sehr gut. Boah, die spielen da jetzt gerade alle zu lethargisch. Und da ist der Treffer, Mann! Mann, wieso könnt ihr nicht einfach mal konsequent da drauf gehen? Boah, so schlecht verteidigt. Und die traben da alle nur. Und keiner fühlt sich da verantwortlich. Drexler da den Ball geklärt. So, dann. Drexler geht nicht im Sprint drauf. Mann, was machst du, Drexler? Was machst du, Drexler? Malik Schau kriegt den Ball nicht geklärt. Lode guckt nur... War natürlich überragend getroffen, aber... Was machen die Leute da? Was machen die da? Ja, jetzt Lode flankt den Ball mal rein. Dribbelt rein. Guter Pass. Ja! Ja! Da ist der Salazar! Mann! War das wichtig! Puh! Aber was ein Tor! In den Winkel reingezimmert! Was für ein Tempo hatte dieser Ball! Hammer! Und schön gesehen wieder von Lode! Sehr schön gesehen von Lode! Hast du elemens verknet sollstet! 95! udi! 81! 79! 62! 78!